Moin Moin zu den Handball-News am Freitagmorgen. Heute wird es eine etwas kleinere Ausgabe, wir haben nicht sehr, sehr viele News, aber wir hatten ein sehr interessantes Interview mit Bob Hanning, da werden wir ein bisschen drauf eingehen, der zum einen auf Alfred Gislason geantwortet hat, aber auch nochmal über das Team Deutschland gesprochen hat, das einmal mit Potsdam angedacht war und das über das Jahrzehnt des Handballs. Also was hat Bob Hanning an Gislason geantwortet? Wir hatten ja gestern in der Folge, habe ich das schon, war es Thema, dass Gislason gesagt hat, dass Bob Hanning Eigeninteresse verfolgt, von wegen, dass er seine jungen Spieler, also Bob Hanning ist ja bei den Füchsen aktiv und bei Potsdam, dass er seine jungen Spieler mehr in den Fokus rücken möchte, damit die mehr Spielanteile in der Nationalmannschaft bekommen. Und damit wurde Bob jetzt konfrontiert und er hat da aus meiner Ansicht sehr, sehr schlau geantwortet. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, auf wessen Seite ich da zu 100 Prozent bin, aber auf jeden Fall in diesem einen Punkt stimme ich mit Bob komplett überein. Er hat gesagt, dass in dem Spiel, wo Kai Häfner gefehlt hat, da hat Renas, also Renas Ustschins, Ustschins oder Ustkins, ich weiß das wirklich nicht, der hat dadurch ja erst seine wirklichen Einsatzzeiten bekommen, also viele Einsatzzeiten über einen Großteil spielt. Und dadurch haben wir erst gesehen, wie gut er wirklich war. Leute, die ihn schon kennen und auch die U21-WM verfolgt haben, die wissen das ja sowieso, aber da hat er sich zum ersten Mal wirklich auf internationaler Bühne der, wirklich der A-Mannschaft, der Senioren hat er sich gezeigt und wurde da dann wirklich von Minute zu Minute besser und auch im letzten Spiel gegen die Schweden hat er dann super, super gespielt. Und ja, da geht es so ein bisschen darum, warum muss jetzt erst Kai Häfner aus privaten Gründen fehlen, damit ein so talentierter Spieler die Chance kriegt, sich zu zeigen. Und das Gleiche, ja, Nils Lichtlein spielt bei den Füchsen, er spielt bei Bob Hanning, aber auch wenn Nils Lichtlein bei GWD spielen würde oder beim THW Kiel, würde ich ihm da 100% zustimmen. Warum passiert das nicht bei dem Nils Lichtlein? Wo wir auch gesehen haben, dass wenn er gespielt hat, ein extrem schneller Spieler ist, der wenig Fehler macht, der super Lücken gezogen hat, der sehr, sehr aggressiv in die gegnerische Deckung reingegangen ist, ein komplett anderer Spielertyp als Juri Knorr ist, warum hat der diese Chance nicht bekommen? Warum, das habe ich auch schon einmal kritisiert, warum wurde da von Gislason nicht ein bisschen mehr rotiert, sodass Juri Knorr nicht schon in der ersten Halbzeit durch Nils Lichtlein ersetzt wird, für vielleicht 10 Minuten, dass er mehr Power in der Crunchtime hat, vielleicht auch Anfang der zweiten Halbzeit ersetzt wird oder Mitte der zweiten Halbzeit, sodass man Juri Knorr, der vermutlich, wir haben Nils Lichtlein jetzt noch nicht über 60 Minuten in der Nationalmannschaft gesehen, aber Juri, der natürlich ein bisschen älter ist, ein bisschen erfahrener ist, der vermutlich weniger Fehler machen wird und dann in den entscheidenden Phasen mehr Führungsspieler ist als Nils, 100%ig, aber dem hätte man dadurch einfach viel, viel mehr Power geben können, indem man die beiden komplementär zueinander einsetzt. Und wenn das dann so eine Verteilung wäre, Juri spielt 45 Minuten, Nils spielt 15 Minuten und dadurch bekommt Juri die Pause und Nils kann sich entwickeln, ist das auch schon eine schöne Sache. Und da stimme ich mit Bob Hanning auf jeden Fall zu, dass Alfred Giesersson da hätte deutlich, deutlich mehr rotieren können und wenn wir unsere jungen Spieler besser machen möchten, wenn wir sie integrieren möchten, wenn wir sie auf die große Bühne bringen möchten, dann müssen wir ihnen auch die Chance geben, sie aufs Spielfeld zu bringen. Und nicht nur aufs Spielfeld zu bringen, wenn gerade Not am Mann ist, sondern aufs Spielfeld zu bringen, wann immer man denkt, sie würden uns jetzt helfen, um ihnen wirklich, wirklich Selbstvertrauen zu schenken. Also da stimme ich Bob auf jeden Fall hundertprozentig zu, der hat manchmal ein paar kontroverse Meinungen, aber hier aus meiner Sicht überhaupt gar nicht kontrovers, ist einfach nur gerade dem Umschang geschuldet, dass Nils Lichtlein halt bei den Füchsen Berlin spielt, würde der irgendwo anders spielen, sei es bei Kiel, sei es bei den Rhein-Neckar-Löwen, von mir aus auch bei Magdeburg, völlig egal, wenn der irgendwo anders spielen würde, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Bob Hanning da genauso hinter stehen würde, weil er so auch genauso hinter Lenas steht und dann wäre diese Diskussion überhaupt gar nicht. Die Diskussion besteht nur, weil die ja jetzt gerade durch den Verein verbunden sind. In dem gleichen Interview lobt Bob Hanning aber auch die deutsche Mannschaft und vor allem die Abwehrarbeit im Zusammenspiel mit Andy Wolf und denkt, dass ja für Olympiawitz die Qualifikation mit einer ordentlichen Einstellung, mit einer ordentlichen Abwehr und mit Andy Wolf hinten drin dann auf jeden Fall geschafft wird. Und danach haben sie über das, oder hat Bob über das Team Deutschland nochmal gesprochen. Das Team Deutschland, das war von ihm ein Angebot, war von ihm eine Idee, dass er als Trainer vom VfL Potsdam, oder ich weiß gar nicht, ob er dann dort als Trainer weitermachen möchte, auf jeden Fall, dass der VfL Potsdam als Team Deutschland fungieren kann, um jungen deutschen Spielern in der ersten Bundesliga, die sind ja aktuell gerade noch in der zweiten Liga, aber da stehen Sterne gut, dass die aufsteigen könnten, um jungen deutschen Spielern in der ersten Bundesliga Spielpraxis zu geben. Vereine wie der THW Kiel, wie die Füchse, die das punktuell schon sehr, sehr gut hinkriegen, wie Magdeburg oder Flensburg, die können jungen Spielern nicht unbedingt die Einsatzzeiten geben, die sie verdienen oder die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln, weil da einfach, da stehen Sponsoren hinter, die erwarten, dass man international spielt, da stehen Sponsoren hinter, die erwarten, dass man in der Champions League spielt, dass man um die Meisterschaft mitspielt. Da muss die Leistung einfach stimmen und da hat man ein bisschen weniger, die Möglichkeit weniger, die Geduld, jungen Spielern halt sehr, sehr viele Fehler zu gestehen. Und das ist einfach der Vorteil von Mittelfeldsmannschaften, sage ich mal, wo zu dann Potsdam vermutlich gehören würde, die hundertprozentig auf diese jungen Spieler setzen können, die so viele Fehler machen können, wie sie möchten, die einfach nach und nach immer und immer besser werden. Und dieses Team Deutschland, das hatte ich auch schon mal darüber, oder ich hatte als die Portugiesen mit so gut waren vor einigen Jahren, weil fast alle Spieler in Porto gespielt haben, die super eingespielt waren, da dachte ich auch schon, hey, wieso machen wir das bei uns denn nicht? Es gibt so, oder eigentlich alle unserer Nationalspieler, spiele sowieso in der deutschen Liga, außer Andy Wolf und damals so wie Gensheimer. Warum kriegt man es da nicht hin, die irgendwo zu bündeln? Bei einem vernünftigen Trainer, den man dann gleichzeitig von mir aus auch noch einen Nationaltrainer machen kann. und dann hat man einfach, ja, man spielt in der stärksten Liga der Welt, man hat super viele Spiele, man hat diese Zusatzbelastungen, die andere Nationen vielleicht nicht haben, wenn sie nicht in der Bundesliga spielen, aber dadurch hat man einfach die extreme Qualität, kann die super einspielen und wird, glaube ich, zu sehr, sehr viel Erfolg bringen. Der Ansatz von Bopanik ist ein bisschen anders, sondern da geht es um die Ausbildung der Jugendspieler, also quasi der Nachwuchs für die Nationalmannschaft, aber auch daher gibt es meiner Sicht sehr, sehr Sinn und fände ich einfach cool, wenn so eine Idee weiter verfolgt wird und da kann ich auch gar nicht verstehen oder noch hat sich der DHB jetzt noch nicht hundertprozentig zu geäußert, aber ich könnte nicht verstehen, was da der DHB entgegen haben könnte oder auch die Handball-Bundesliga, wenn man das unter so einem Verein wie Potsdam macht und ja dann mit Vereinen, mit anderen Vereinen Kooperationen übernimmt, dass man die Jugendspieler, die deutschen Jugendspieler mal für zwei Jahre nach dort ausleiht und dann wieder zurückkommen, etc. Also das fände ich sehr, sehr cool. Ja, das so war ein sehr, sehr interessantes Interview von Sport1 mit Bob Hanning. Ja, das so zu diesem Thema und dann würde ich sagen, kommen wir in ein paar kleine, kleine News. Und zwar haben wir einen Transfer von einem Ex-Nationalspieler und zwar Silvio Heinevetter. Der wechselt von Stuttgart, hat er da das Vertragsverlängerungsangebot ausgeschlagen, um ein Jahr zu verlängern. Der wechselt nach Eisenach und bezeichnet es auch so zurück in seine Heimat, wo er als Kind die Spiele geschaut hat und ja, gibt es einfach ein klares Statement mit Eisenach, zwei Jahre weiterzumachen, egal ob sie die Liga halten oder absteigen und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Schachzug und ja, da hoffe ich mal, dass Eisenach in der ersten Liga bleibt, dass wir Silvio auch weiter in der ersten Liga sehen. Und ein zweiter Ex-Nationalspieler wechselt auch und zwar geht es um Bastian Roschek. Der geht jetzt gerade einmal bis Saisonende runter in die dritte Liga zu, nach Krefeld. Die Meldung habe ich mit reingenommen, weil ja, in der dritten Liga bin ich sehr, sehr interessiert. Mein Heimatverein Tusch Benge spielt dort mit in der dritten Liga, der jetzt gegen sie auflaufen wird. Das heißt, Bastian Roschek holt sich jetzt nach Verletzungspause dort ein bisschen Spielpraxis, unterstützt. Den Drittligisten kann er sicherlich in der Abwehr sehr, sehr gut helfen und im Angriff vermutlich auch seine Akzente setzen, aber vermutlich eher in der Abwehr. Und ja, der hilft Krefeld jetzt bei der Erreichung der Ziele und kommt dann vermutlich danach wieder in die erste Liga. Außer vielleicht steigt Krefeld ja auf durch irgendein Wunder und dann kann er da in der zweiten Liga weiterspielen. Das werden wir sehen. Aber erstmal geht Bastian Roschek jetzt erstmal zwei Ligen drunter und eventuell werde ich den auch mal dann im Spielen gegen Spenge sehen. Und das waren auch schon hier jetzt die ganz, ganz schnellen News am Freitagmorgen. Viel mehr gibt es nichts zu erzählen. Das Interview mit Bock Hanning war super interessant. Das verlinke ich euch auch gerne einmal hier unter dem Podcast, falls ihr euch das selber noch einmal durchlesen möchtet. Und damit würde ich sagen, macht euch einen schönen Freitag, schönes Wochenende. Samstag, Sonntag kommen keine News. Da mache ich Pause. Aber Montagmorgen gibt es wieder schöne Handball-News zum auf dem Weg zur Arbeit hören oder was auch immer du Montagmorgens machst. Ciao, ciao.